So, was geht heute? Letzter Spieltag, es geht um alles oder nichts. Wir werden auf jeden Fall alles geben. Ich bin hier direkt beim Fernmarsch. Starten wir direkt so mit. Let's go! Digga, das ist Geisteskrank. Guck dir da mal an, warte ich so mal. Digga, wenn wir heute nicht gewinnen, Alter, dann weiß ich auch nicht. Wir sind alle so heiß auf das Spiel. Ich muss aber sagen, seit einer Woche so Eierflattern, dass wir das Ding noch am letzten Spieltag verkacken. Das wäre echt schade. Oh, duftet, Alter! Bruder, was geht ab? Oh, ich habe mich jetzt ein bisschen rausgestellt. Da sieht man schon, Ultras ganz vorne. Und das Ding hat kein Ende. Das Ding hat kein Ende. So, wir sind jetzt auf der Castrupper Straße. Let's go! Oh! Der Marsch ist vorbei. Jetzt haben sich alle in die Ecken verkrochen, die so noch ein bisschen vorglühen wollen. Wir sind noch ungefähr zwei Stunden bis zum Angriff und ich glaube, Nelly und ich holen uns gleich auch noch ein Bierchen und dann geht es auch Richtung Block. Ich erinnere mich an das Dortmund-Spiel, da war es einfach zu voll, weil wir zu spät da versucht haben reinzugehen und da sind wir fast auch gar nicht reingekommen. Boah, der Bochumer Junge, Bela ist am Start. Bela, was sagst du für heute? Ja, ich sag heute 2-1, 90-2 Hofmann, Kopfball ins Eck. Ich hoffe so. Was sagst du bei Schalke? Schwierig. 5-0 Niederlag. Bester Mann. Ich hoffe so. Let's go. Boah, sind wir gerade hier an der Ost. Viele wollen jetzt schon rein. Es sind ungefähr noch zwei Stunden bis zum Angriff. Das ist mir einen Ticken zu früh. Deswegen wollten wir den wirklich jetzt nochmal kurz was trinken. Auch entspannt so drei, vier, eine Stunde vor Angriff reingehen. Ich glaube, das ist eine gute Uhrzeit. VfL, VfL, VfL. Boah, Jungs, Vollgas, das wird heute. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass es heute wird. Ja, dann feiern wir dieses Jahr nochmal den Tassenerhalt und nächstes Jahr gibt es dann Vollgas, ja. Ein paar gute Pantsvers und dann wird's. Okay, der Delil versucht jetzt gleich den Tor anschießen und danach bin ich dran. Oh, let's go, Delil. Wie schlecht. Wie schlecht, Delil. Wie schlecht. Jetzt musst du erstmal reinkommen. Okay, da hast du noch einen. Oh, nee. Junge, du hast dieses Trikot nicht verdient, Alter. Noch mal. Schnell. Du bist schade. Gott, du. Digga, wie schlecht war das? Ich hab ihn nicht hochgekriegt. Du riefst mich aus, Lachen. Du riefst mich aus, ich hab ihn nicht hochgekriegt, Delil. Mein Gott. Egal, wir gehen rein. Was sagst du für meinen Look heute? Boah, das war letzte Woche so krass in Berlin. Da ist die Uhrzeit. Ostkurve am Start. Und Leverkusen auch gut am Start. Aber ich denke, das wird noch voller. Kann mir sogar gut vorstellen, dass das da drüben ausverkauft ist. Ja, gibt da auch ein Choreo. Bis wir gleich alles aufblasen. So ähnlich wie dort. Und dann gibt's auf jeden Fall wieder schön Choreo. Boah, Leverkusen läuft ein. Die Jungs kommen gleich auf. Let's go. Boah, Delil ist da. Delil ist gut am Blasen. Oh mein Gott. Hat bei Yamaha vielleicht schon aus. Hier ist unser OML! 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 Letzte Eurungsvollround! Gebt alles, bitte! Ich reine, dass wir ein Absteiger haben. Wir laufen genau mit derselben Aufstellung auf wie letzte Woche. Ich hoffe, dass das aus ihr. Hast du den Schönern eingelaufen? Was für den Outen passen? Jedes Degangas Tun rein. OML! Wir haben gerade die Seiten gewechselt, die spielen direkt in der ersten Halbzeit auf die Ostkurve. Auf geht's! Zwischenstände werden jetzt angezeigt. Zauber, Gladbach führt 1-0. Das ist gut für uns! Wenn wir heute gewinnen, dann sind wir direkt vor Ostkurve. Schiri schaut sich das an. Kann sein, dass Leverkusen eine rote bekommt. Ja! 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 Oh, das ist sehr gut für uns! Rote Karte für Leverkusen! Oh Gott! Zwischenstände, komm bitte! Leipzig 1-0! Zwischenstand! Ja! Oh, Minute 12! Leipzig 1-1-0! Es läuft quasi sehr gut alles. Ich hab Schiss, dass es mit dem Ende wieder kaputt wird. Oh, inzwischen! Ja! Oh, Junge! Alter! Dortmund ist... Bayern ist dann jetzt Meister! Wir nehmen ihn hoch, komm! Ja! Ja! Oh mein Gott! Ja! Wir haben ihn auf. Ja! 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 Wenn du siehst! Die Stadion sind hier drin! Nicht mal Relegation! Die hat mich bekommen aber verschossen! Die Zeit ist der Spieltag, der bis hier ist. Die Nummer 24. Was? 2-0! 2-0 für Mainz! Oh mein Gott! Das ist das Geist des Balls! Die haben gesagt, es fahren 200.000 bis 400.000 Menschen nach Dortmund, um die Meisterschaft zu feiern. Die waren sich vorsicher und jetzt liegen die 2-0 hinten und Bayern führt 1-2! Die Stadion ist der Fall! Die Stadion ist der Fall! Die Stadion ist der Fall! Oh! Digga! Der hat mich fast gestrichen. als die Stadion auf den Band zu knowen werden. Die Stadion ist der Fall! 2-0, 2-0, weiter so jung, saustark, weiter, 2-0. 34. Spielbetracht, Tor 15-0. Neustadt, Govorenti, 2-0. 2-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. Staff assumption! Betracht Renoir, das括 skal! Assunto jokes also gehen WHFK! Es ist gerade die Live-Tabelle. Wir sind einfach vierzehnte Junge, ist das krass. Und oben sehe ich, Bayern führt die Tabelle an. Die führen aktuell 2-0, Dortmund 2-0 hinten. Oh, Gladbach führt sogar 2-0, Junge, er spricht gerade alles für uns. Halbzeit! Oh, Halbzeit 2-0, alles ist in Ordnung, das ist bei dem Platz 14 und Bayern ist Meister. Schalke 2-2, das wird richtig spannend heute. Wie gesagt, das Tor von Bayern wurde zurückgezogen, ich weiß nicht warum, aber ich habe ihn in der ersten Halbzeit erst gesehen. Und ja, und Leverkusen drückt. Oh, Pfosten! Glück gehabt, die Abi läuft hier durch mit der Picke gegen Pfosten und dann rollt der Ball so an dem zweiten Pfosten vorbei ins Aus. Oh, Riesenglück für uns. Oh, Riesenglück für uns. gut! rip! Åh, Riesenglück für uns. 76er-食. 76er-食. 24-J Walker Telefon Startlanger our Vlogぁ Das Ding ist ober, Junge. Also wenn wir das noch aus der Hand geben, dann weiß ich auch nicht. Wir sind einfach 14. Wie kann sowas gehen? Wir bleiben, wir bleiben, wir bleiben. Wir bleiben, wir bleiben. Und wir haben das Blau, Weiß, Licht, Meier. Wir bleiben, wir bleiben. Und du überlegst, wir haben ab dem siebten Spieltag erst gepunktet. Wir bleiben Nummer 14. Digga, Bayern macht in der Neunzigsten das 2 zu 1. Boah, es geht. Wir werden damit einfach Meister. Was für ein Spieltag, ey. Alter! 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 Digga, was geht? Lass einen Halt! Ist da, wird geschafft! Wir bleiben drin! Wir gehören doch in die Bundesliga. Alter! Guck dir das an! Die Tore wurden geöffnet! Ich denke, man darf drauf! Ja, Digga, das wird auf Feld. Let's go! Maja! Koala! Ja, lang! Ja! Ja, lang! Ja, lang! Ja, lang! Ja, lang! Ja! Na, lang! Ja, lang! Ja, lang! Geil, Mann! Geil. Geil! Geil, Jungs! Ja! Bist du dich der YouTuber? Ja, ja. Aber Jungs! Das war's, das war's, das war's, das war's. HALLE! 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 Eszteron! Iban Ordez! HALLE! 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 Toto ist auf dem Zaun! Toto ist auf dem Zaun und er feiert! Hochverdienten Klassenerhalde! Bruder, das ist geisteskrank, was heute für ein Spieltag ist. Bayern wird Meister, Schalke steigt ab, wir bleiben drin und Dortmund wird einfach kein Meister. Und damit sage ich mal, haut rein. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Let's go.